Liebe Studierende, willkommen zur 11. Videoübung des Semesters. Mit dieser Übung werden wir uns mit der Schwingung oder Schwingungen beschäftigen, aber wir haben auch hier die Möglichkeit in eine physikalische Situation zu verstehen, wie eine Schwingung überhaupt zustande kommt und hier werden wir auch die Möglichkeit haben, die Coulomb'sche Kraft näher kennenzulernen. Coulomb'sche Kraft, die eigentlich die treibende Kraft für die Erzeugung einer Schwingung sein wird. Aber erstens die physikalische Situation. Im entsalzten Wasser, was ich von jetzt an einfach als Wasser bezeichnet wäre, befinden sich drei Kugeln. Kugel K1 und K2 sind befestigt am Rand des Gefäßes hier und Kugel K3 kann tatsächlich schwingen im Wasser. Es wird auch gesagt, dass die Dichte von K3 genau identisch ist wie die Dichte des Wassers. Das bedeutet, dass die Wasserauftriebskraft gleich der Gravitationskraft ist. So in anderen Worten, es gibt eine Art Gleichgewicht, sodass meine Kugel K3 längs diese horizontale Achse sich bewegen kann. Und wir definieren somit als Bezugssystem diese x-Achse mit dieser positiven Richtung und der Ursprung des Bezugssystems übereinstimmt sozusagen mit der Ruhelage der Kugel K3. Wobei diese Kugel K3 in der Ruhelage ist äquidistant mit dem Abstand d von beiden Kugeln K1 und K2. Zusätzlich wissen wir, dass alle diese drei Kugeln tragen die gleiche Menge von Ladungen. Wir bezeichnen diese mit Q und wir können davon ausgehen, dass alle diese Ladungen positiv sind. Es ist nicht so wichtig. Wichtig ist zu wissen, dass alle drei Kugeln die gleiche Menge von Ladungen tragen und mit dem gleichen Vorzeichen. Ziel der Übung ist eigentlich die Bewegung der Kugel K3 in dieser Situation zu eruieren und zu finden. Und wir werden es tatsächlich sehen, dass hier handelt es sich um eine Schwingung. Aber bevor wir so weit gehen, müssen wir erstens die Kräfte definieren, die hier im Spiel sind. Ich habe schon vorher gesagt, dass längst diese vertikale Achse keine resultierende Kraft vorhanden ist, weil eben die Wasserauftriebskraft gleich groß ist wie die Gravitationskraft der Kugel. Was übrig bleibt oder die einzigen Kräfte, die im Spiel sind, sind dann die elektrischen Kräfte. Und diese elektrischen Kräfte können wir mit dem Coulomb'schen Gesetz tatsächlich finden. Da alle Kugeln die gleiche Menge von Ladungen Q tragen und mit dem gleichen Vorzeichen, die resultierenden Kräfte zwischen K1 und K3 und K2 und K3 sind tatsächlich abstoßende Kräfte. Tatsächlich, die Kraft, die auf K3 wirkt als Folge von K1 wird in diese Richtung zeigen. Wir nennen diese Kraft FK1 und die Kraft, die auf K3 wirkt wegen K2 wird in diese Richtung zeigen. Weil eben, es handelt sich nochmals um abstoßende kulombische Kräfte und nennen wir diese Kraft FK2. Jetzt, wenn meine Ladung auf K3 in der Ruhelage sich befindet, beide Kräfte sind gleich groß, aber in deren gegensätzte Richtung. Das heißt, in diesem Fall die Kräfte eben sich auf gegenseitig. Aber sobald wir diese Kugel K3 aus der Ruhelage ein bisschen verschieben, können wir uns sofort vorstellen, dass dann eine resultierende Kraft längst diese Achse, diese X-Achse, sich entwickeln wird. Und jetzt, wir können mit Hilfe des Coulomb'schen Gesetzes diese Kräfte explizit schreiben. Wir können erstens die Kraft FK1 schreiben. Wie gesagt, ist die Kraft, die auf K3 wird wegen K1. Das ist dann 1 geteilt durch 4P mal Y0. Ich erinnere, Y0 ist die elektrische Konstante des Vakums. Das ist einfach hier ein Faktor als Konstante. Mal dann Q mal Q, das ist dann Q im Quadrat. Geteilt durch was? Durch D plus X im Quadrat. Weil die Anfangssituation ist D und wenn wir um eine Verschiebung X-Kugel K3 bewegen oder Verschieben aus der Ruhelage, dann haben wir als Abstand zwischen K1 und K3 D plus X. Das Gleiche können wir jetzt machen für FK2, nämlich die Kraft, die auf K3 wirkt, wegen K2. Und das ist immer noch so als Faktor diese Konstante. Und dann hier haben wir Q mal Q, das heißt Q im Quadrat. Und dann jetzt hier aber D minus X im Quadrat. Das entspricht dem effektiven Abstand zwischen K2 und K3, wenn wir die Kugel K3 um eine Auslenkung X aus der Ruhelage verschoben haben. Damit haben wir ganz genau nach dem Coulombischen Gesetz diese Kräfte definiert. Jetzt aber kommt ins Spiel eine vernünftige Nährung. Es ist sehr üblich in der Physik, dass man ab und zu Nährungen einführte, um auch die Rechnungen zu vereinfachen. Man braucht nicht immer die absolute Genauigkeit geliefert von einem physikalischen Gesetz. Ab und zu kann man durch eine vernünftige Betrachtung des Problems vernünftige Nährungen einführen. Und die Nährung hier, die wir einführen werden, hat zu tun mit der Tatsache, dass wir hier kleine Auslenkungen X aus der Ruhelage betrachten, nämlich Auslenkungen X, die sehr klein sind gegenüber D. So im Fall, dass X sehr klein ist gegenüber D, dann können wir eine reihende Entwicklung nach Taylor diese Funktion ermöglichen. Und von dieser reihenden Entwicklung können wir bis zum linearen Term gehen, weil alle weiteren Termen führen dann zu mickrig und vernachlässigbar kleiner Korrektur. So, wenn wir das durchführen, haben wir dann hier Q im Quadrat geteilt durch 4P Y0 mal D im Quadrat und dann kommt diese Korrektur 1 minus 2X geteilt durch D. Und das gleiche kann ich jetzt machen für FK2, immer noch Q im Quadrat geteilt durch 4P Y0 D im Quadrat und das multipliziert 1 plus 2X geteilt durch D. Und mit diesem Schritt benutzen wir tatsächlich die Tatsache, dass wir nur Bewegungen von K3 betrachten, die durch sehr kleine Auslenkungen aus der Ruhelage relativ zum Abstand zwischen den Kugeln. Und diese Taylor-Entwicklung bis zum linearen Term ist dann eine vernünftige Approximation des Coulomb'schen Gesetzes. Weil, wie gesagt, höhere Termen führen zu sehr mickrigen Korrekturen. Jetzt hier in unserer Diskussion haben wir schon implizit auf die vektorielle Schreiweise verzichtet, weil wir sehen aus der Geometrie des Problems, dass alles erfolgt längs diese horizontale Achse. So, wir können ruhig auf die vektorielle Schreiweise verzichten, vorausgesetzt, und das ist wichtig, dass wir dann später mit den Vorzeichnen richtig handeln. Und was bedeutet das? Wir sehen, dass in dieser geometrischen Darstellung des Problems FK1 ist in der positive Richtung gerichtet, in Bezug auf meinem Bezugssystem X, aber FK2 ist in der negative Richtung gerichtet. So, wenn ich jetzt die totale wirkende Kraft auf K3 berechne, muss ich prinzipiell beide Kräfte vektoriell addieren. Das bedeutet, dass ich muss FK1 minus FK2, wenn ich die Kräfte als Betrag betrachte, berechne, weil eben beide Kräfte sind entgegengesetzt. Und wenn man das macht, dann was resultiert, ist minus Q im Quadrat gedeiht durch Pi mal Y0 mal dann D hoch 3 und dann mal X. So, was sehen wir hier? Dass aus der Behandlung des Problems, wir sind von den Coulomb'schen Kräften gestartet, in unserer physikalischen Situation, wegen dieser Aussage, dass die Auslenkungen kleiner sind als Abstand zwischen den Kugeln, konnten wir mit der reihenden Entwicklung eine vernünftige Approximation der Coulomb'schen Kräfte finden, sehen wir, dass die resultierende totale Kraft auf K3 eine lineare Funktion der Auslenkung ist. Aber das ist eine Art von Kraft, die wir schon kennen. In der Vorlesung haben wir gesehen, dass im Rahmen der Uck'schen Approximation so eine Kraft ist eine rückstellende Kraft der Form oder der Art minus K mal X. Wobei K ist diese Konstante, die mir die rückstellende Kraft charakterisiert. Eine Kraft, die eben entgegengesetzt ist zur Auslenkung der Masse, die sich bewegt. Und wir können von jetzt an so einen Faktor tatsächlich mit K identifizieren. So, wir erwarten, dass wenn die resultierende Kraft auf K3 eine rückstellende Kraft dieser Art ist, nämlich linear proportional zur Auslenkung, erwarten wir dann als Bewegung von K3 eine Schwingung. Und jetzt können wir die Frage B beantworten. Dort wird gefragt, was für eine Bewegungsgleichung hauptsächlich die Bewegung von K3 charakterisiert oder beschreibt. So, wir können sofort schreiben, nach dem Newton'schen Gesetz, Trägheitskraft, Masse mal Beschleunigung, ist dann gleich der totale Kraft, die auf K3 wird. In diesem Fall, und vorübergehend, verzichten wir auf Dämpfungen. So, die einzige resultierende Kraft ist diese rückstellende Kraft, minus K mal X. Und das ist die typische Differentialgleichung einer ungedämpften Schwingung. Und wir wissen, dass eine typische Lösung für diese Differentialgleichung ist ein Sinus- oder eine Cosinus-Funktion. So, dass die allgemeine Lösung wäre eine Linearkombination von einem Cosinus- und einer Sinus-Funktion. Wobei die Koeffizienten a und b lassen sich von den Anfangsbedingungen bestimmen. Jetzt, das Problem sagt mir, dass bei der Zeit x t gleich 0, meine Kugel K3 bleibt in der Ruhelage, aber sie kriegt bei diesem Zeit t gleich 0 eine Art von Kick, nämlich sie besitzt bei der Zeit t gleich 0 eine Anfangsgeschwindigkeit v0. So, wir sehen, dass um diese Anfangsbedingungen zu erfüllen, ich brauche zwei, um beide Koeffizienten zu berechnen, ich sehe, dass eben um diese Anfangsbedingungen zu erfüllen, a muss 0 sein und b ist dann gleich v0 als Anfangsgeschwindigkeit geteilt durch v0. Jetzt, ich muss noch genau beschreiben oder definieren, was v0 ist. v0 ist, wie wir wissen aus der Vorlesung, die Eigenfrequenz der Schwingung. Tatsächlich, um v0 elegant zu bekommen oder zu erreichen, sollen sie eine von diesen zwei möglichen Lösungen in die Differentialgleichung einsetzen und das, was dann folgt, ist, dass v0 ist gleich der Wurzel des Verhältnisses zwischen k als Konstante der rückstellenden Kraft geteilt durch die Masse m, die Masse der Kugel K3, die auch bekannt ist, die tatsächlich schwingt. Und jetzt haben wir sämtliche Informationen, um auch die numerische Auswertung mit den Zahlenwerten des Problems zu berechnen. Sie können jetzt selber mit Ihrem Taschenrechen die Eigenfrequenz der ungedämpften Schwingung berechnen. Wenn Sie das kennen, dann können Sie sogar die Periode berechnen. Das ist definiert als 2Pi geteilt durch W0. Und dann, da wir jetzt sämtliche Parameter auch kennen, können Sie auch die maximale Amplitude der Schwingung berechnen. Und von jetzt an, was wir für die Folge des Problems oder der Übung betrachten müssen, ist eine Situation, wo wir auch eine Dämpfung betrachten. Das heisst, bis jetzt war die Bewegung dämpfungsfrei, aber Wasser wird eine Art Dämpfung erzeugen. Und diese Dämpfung führt zu einer Art von Kraft, zu einer Art von Reibungskraft. Und wir haben auch in der Vorlesung gesehen, dass üblicherweise diese Reibungskraft ist direkt proportional zur Geschwindigkeit der Masse, die sich bewegt und ist in der entgegensetzten Richtung gerichtet als die Geschwindigkeit selber. So ist es üblicherweise ein Minus mal eine Konstante. Und in dieser spezifischen Situation, die explizite Form der Reibungskraft ist eben im Betrag, im Problem gegeben, ist ein Faktor 6 mal Pi mal dann eine Art Reibungskonstante des Wassers, das ist ein Parameter bekannt vom Problem, mal r, r wäre das Radius der Kugel, mal eben die Geschwindigkeit. Das ist die erste Ableitung der Ortskoordinaten nach der Zeit. Jetzt hier, wir kennen fast alles. Wir kennen, das Faktor hier ist bekannt, weil Reibungskoeffizient des Wassers bekannt ist. Aber uns fehlt noch, was für ein Radius hat Kugel K3. Und auch hier müssen wir sämtliche Indizen des Problems benutzen. Ich habe schon am Anfang betont, dass K3, also diese Kugel K3, die gleiche Dichte besitzt wie Wasser. So indirekt wissen wir, was für eine Dichte K3 hat. Und wir wissen, dass die Definition der Dichte, nennen wir das K3, ist in diesem Fall äquivalent zur Dichte des Wassers. Aber diese Dichte ist eine bekannte Größe, das finden Sie in der Tafel. Und definitionsgemäß, das ist dann Masse geteilt durch Volumen. Jetzt Masse der Kugel 3 ist eine bekannte Größe des Problems, in diesem Fall sind es sogar 50 Gramm. So, aus dieser Gleichung erreichen Sie das Volumen der Kugel und daraus dann können Sie das Radius der Kugel K3. Und damit berechnen Sie numerisch auch das Koeffizient R hier für die sogenannte Reibungskraft. Die numerische Berechnung überlasse ich Ihnen und Sie können dann selber prüfen mit dem Musterlösen. Was ich aber hier betonen möchte, und das haben wir auch in der Vorlesung gesehen, dass anstatt einer Reibungskonstante üblicherweise man definiert bei einer gedämpften Schwingung eine Dämpfungskonstante Delta, die definiert ist als R, als Dämpfungskonstante, geteilt durch zweimal die Masse, die sich bewegt, die tatsächlich schwingt. Diese alternative Darstellung der Dämpfung sozusagen ist besonders interessant, weil in dieser Darstellung die Dämpfungskonstante hat die gleiche Einheiten wie die Eigenfrequenz. Deswegen können wir die Dämpfung mit der Eigenfrequenz vergleichen und das ist tatsächlich auch, was in der Fragestellung C verlangt ist. Man fragt, um welche Art von Dämpfung andet es sich. Wir müssen erstens abschätzen, was für einen Einfluss hat diese Dämpfung dargestellt durch diese Dämpfungskonstante Delta auf meine Schwingung, auf meine harmonische Schwingung. Ich möchte hier betonen, es ist wichtig, wenn Sie solche Vergleiche machen, dass Sie mit den gleichen Einheiten arbeiten. Also man muss immer Karotten mit Karotten und Kartoffeln mit Kartoffeln vergleichen. Das betone ich immer auch in der Vorlesung. Wenn Sie das machen, dann sehen Sie sofort numerisch, das können Sie dann die Werte selber in der Musterlösung anschauen, dass diese Dämpfung dargestellt durch diese Dämpfungskonstante viel, viel kleiner ist als die Eigenfrequenz. der ungedämpften Schwingung. Das bedeutet, dass die Dämpfung wirklich kaum einen Einfluss auf die Schwingung selber hat. In anderen Worten, wenn wir das grafisch darstellen, nämlich die Amplitude der Schwingung als Funktion der Zeit, das wäre dann x von t, dann was man hat, ist eine Schwingung, wobei die Amplitude langsam abnimmt und zwar, wie wir in der Vorlesung gesehen haben, sogar exponentiell. Aber in diesem Limit können wir sehen, dass obwohl die Amplitude abnimmt, die gedämpfte Schwingung schwingt mit der gleichen Eigenfrequenz wie beim ungedämpften Fall. Und das ist tatsächlich, was wir dann in der Frage D prüfen können, weil dort fragt man, wie groß ist die neue Kreisfrequenz der gedämpften Schwingung. Wir wissen aus dem Vorlesung, dass die Eigenfrequenz einer gedämpften Schwingung ist dann tatsächlich gleich der Wurzel der Eigenfrequenz der ungedämpften Schwingung in Quadrat minus diese Dämpfungskonstante in Quadrat. Aber wenn diese Dämpfungskonstante so klein ist gegenüber meiner Eigenfrequenz, folgt tatsächlich, was ich vorher gesagt habe. dass die Eigenfrequenz der gedämpften Schwingung praktisch übereinstimmt mit der Eigenfrequenz der ungedämpften Schwingung. Und das ist dann, was Sie auch numerisch selber verifizieren können. Ich freue mich auf die nächsten Übungen mit Ihnen. Auf Wiedersehen.